Was kostet eigentlich ein Erbschein und gibt es Möglichkeiten, diese Kosten zu reduzieren oder vielleicht sogar komplett zu vermeiden? Wenn jemand kein notarielles Testament gemacht hat und auch kein ganz einfaches handschriftliches Testament, dazu gibt es eine Rechtsprechung des BGH, das in ganz einfachen, banalen Fällen es nicht verlangt werden kann, einen Erbschein zu beantragen, nur um an Bankkonten ranzukommen. Aber in allen anderen Fällen, also bei etwas komplizierteren handschriftlichen Testamenten oder natürlich auch bei gesetzlicher Erbfolge, wenn es also überhaupt kein Testament gibt, dann brauche ich auf jeden Fall einen Erbschein. Was kostet der also an Gebühren? Nun, das steht relativ transparent im Gerichts- und Notarkostengesetz, abgekürzt G-Not-K-G. Da wären Sie jetzt allerdings nicht glücklich, wenn Sie versuchen, im Gesetzestext selbst rauszulesen, wie sich die Gebühren berechnen und was da konkret rauskommt. Das ist sogar für Juristen nicht ganz banal. Im Ergebnis gibt es jeweils eine volle Gebühr, also eine 1,0 Gebühr, sowohl beim Notar für die Erbscheinsantragsbeurkundung. Denn wenn man einen Erbscheinsantrag stellt, muss man eine sogenannte eiderstattliche Versicherung abgeben, dass der Inhalt des Erbscheinsantrags vollständig und korrekt ist. Das geht nur beim Notar. Theoretisch geht es auch beim Nachlassgericht selbst. Da werden Sie in der Praxis aber keinen Termin bekommen, denn die machen das extrem ungern. Bei Gericht selbst macht ja mehr Arbeit. Also die müssten dann das alles protokulieren und so weiter. Darum ist das ausgelagert an die Notare und geht auch schneller. Da bekommen Sie schnell einen Termin und kostet auch nicht mehr oder weniger, als wenn Sie das direkt bei Gericht machen. Also eine 1,0 Gebühr beim Notar für die Beurkundung des Erbscheinsantrags und dann dieselbe identische 1,0 Gebühr beim Nachlassgericht für die Erteilung des Erbscheins. Sie zahlen also zweimal eine identische Gebühr. Einmal beim Notar, einmal beim Nachlassgericht. Wie hoch ist die jetzt? Woraus berechnet die sich? Die berechnet sich aus dem Nachlasswert und zwar aus dem sozusagen Netto- oder Saldo-Nachlass. Das heißt, Sie dürfen die Passiva von den Aktiva abziehen, aber auch wirklich nur die Passiva, die vom Erblasser selbst her rühren. Also wenn der Verbindlichkeiten hatte, irgendeine Verbindlichkeit bei der Bank, Grundschulden, Darlehensverbindlichkeit, Leasingvertragsverbindlichkeit und so weiter, also echte Schulden, darf man die vom Aktivvermögen abziehen. Was Sie nicht abziehen dürfen, sind Pflichtheitsansprüche, die der Erbe vielleicht erfüllen muss, im Testament enthaltene Vermächtnisse und so weiter. Das ist erst die zweite Ebene, wie das Erbe verteilt wird. Das hat noch nichts mit der Berechnung des Nachlasswerts als solchem zu tun. Also Sie müssen ausrechnen, was ist denn der Nachlass insgesamt per Saldo-Wert, Aktiva minus Passiva und dann in die Gebührentabelle reinsehen. Damit Sie mal ein Gespür dafür kriegen, was der Spaß kostet, habe ich mal ein paar Werte rausgesucht. Bei einem Nachlasswert von insgesamt 200.000 Euro, also kleiner, überschaubarer Nachlass, kostet der Erbschein insgesamt, also Notar und Gericht zusammengerechnet, insgesamt 950 Euro, ganz genau 952 Euro. Bei einem Nachlasswert von 500.000 sind es rund 2.050 Euro. Bei einem Nachlasswert von einer Million sind es immerhin schon 3.800 Euro. Und als letztes Beispiel, bei 5 Millionen wären es stolze 17.800 Euro, die Sie für den Erbschein auf den Tisch des Hauses legen müssen, bei Notar und Gericht. Darum kann es durchaus interessant sein, Wege zu finden, diese Gebühren zu vermeiden. Eine Möglichkeit ist, wie anfangs schon gesagt, ein notarielles Testament zu machen. Das ist aber natürlich jetzt auch nicht umsonst. Das ist auch nicht ganz billig. Wenn Sie zu einem Notar gehen, dürfen Sie raten, wonach der Sie frägt, nämlich nach Ihrem Vermögenswert insgesamt. Also Sie verlagern sozusagen dann Kosten vor. Und wenn Sie später Ihre Meinung ändern und den Inhalt des Testaments gravierend ändern möchten, haben Sie das Geld beim Notar vergeblich ausgegeben, weil Sie dann das Testament wieder rufen müssen und neu testieren. Wenn Sie dann wieder zum Notar gehen, entstehen Wiederkosten. Wenn Sie ein handschriftliches Testament machen und haben in Anführungszeichen nur Bankvermögen oder Aktienvermögen, wobei da wird es schon schwierig, aber sagen wir mal Bankvermögen, Bank, kann es klappen, dass die Bank Ihnen auszahlt, also den Erben auszahlt, basierend auf dem handschriftlichen Testament, beglaubigt vom Nachlassgericht plus Eröffnungsprotokoll. Ist aber eine wackelige Veranstaltung. Es gibt dazu eine Bundesgerichtshof-Rechtsprechung, die sagt, wenn das wirklich so ganz einfach ist und jeder verstehen kann, wie das Testament gemeint ist, es ist nichts streitig, wir haben kein Problem mit Alzheimer oder Demenz, dass also unklar ist, ob der Testamentsersteller noch geschäftsfähig war. Es streitet auch keiner, es ficht keiner das Testament an, dann kann das funktionieren. Weitere Alternativen zum Testament und den damit verbundenen Erbscheinskosten ist ein Vertrag zugunsten Dritter. Wenn Sie also ein Bankkonto oder auch ein Aktiendepot an jemanden vererben möchten, können Sie mit der Bank vereinbaren, dass es aufschiebend bedingt auf den Todesfall an eine bestimmte Person ausbezahlt werden soll. Also ähnlich wie bei der Lebensversicherung, einen Bezugsberechtigten, einen Begünstigten benennen. Der braucht dann keinen Erbschein. Der geht einfach mit der Sterbeurkunde zum Kreditinstitut, zur Bank und zeigt vor hier, der Fall ist eingetreten, der Bankkontoinhaber ist jetzt verstorben. Denn ihr wisst ja, das ist mit euch so vereinbart, im Todesfall steht das Guthaben mir zu, bitte auszahlen. Braucht er keinen Erbschein vorlegen, spart er sich mehrere tausend Euro vielleicht. Das ist also das Einfachste, dieser Vertrag zugunsten Dritter, zudem gibt es ein separates Video, das oben gerade eingeblendet wird, den Erbschein zu umgehen oder zumindest den Wert, den Berechnungswert für den Erbschein zu reduzieren. Denn wenn dieser Vertrag zugunsten Dritter nicht in den Nachlass fällt, dann muss man ihn auch nicht angeben als Wertbemessungsgrundlage für den Erbschein. Denn das geht ja am Nachlass vorbei, direkt an einen Dritten. Weitere Möglichkeiten sind Schenkungen zu Lebzeiten auf den Todesfall. Das geht im Extremfall sogar bei Grundstücken. Das macht in der Praxis erstaunlicherweise so gut wie niemand. Also Sie könnten heute zum Notar gehen und mit der Person, die das erben soll, eine Vereinbarung schließen, einen Schenkungsvertrag schließen und sagen, ich übertrage dir die Immobilie, das Grundstück, aber die Übertragung ist aufschiebend bedingt auf den Tag meines Todes. Das ist natürlich auch nicht ganz gratis. Natürlich kostet die Beurkundung auch was, aber es kann günstiger sein als ein Erbschein. Lange Rede, kurzer Sinn. Überlegen Sie sich, wie Ihre Vermögenswerte an die Begünstigten, an die nächste Generation, an Ihre späteren Erben übertragen werden soll und überlegen Sie, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, denen die Erbscheinskosten zu ersparen. Minuten. Jün !